Bilder, die in die Geschichte eingehen werden. Seine Heiligkeit, Hasid Milza Masrur Ahmed, das weltweite Oberhaupt der Ahmadi Muslime, wird von tausenden Menschen in Frankfurt am Main empfangen. Für Ahmadi Muslime ist das ein ganz besonderer Moment. Sie begrüßen ihren spiegelteilen Führer, den Kalifen. Ihren Emotionen lassen sie freien Lauf. Ich habe einen nicht gesehen in seinem Gesicht. Das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Ich habe Pia Riazul bisher nur in meinem Traum gesehen. Und heute habe ich ihn live gesehen, ein Trost für mein Herz. Seine Heiligkeit, Hasid Milza Masrur Ahmed, ist der fünfte Nachfolger des verheißenen Messias. Das Friede sei auf Wien, der 1889 im Guardian die Ahmadi Muslime Jamaat gründete. Mittlerweile ist die Ahmadi Muslime Jamaat in über 200 Ländern vertreten. Als muslimisches Oberhaupt setzt sich seine Heiligkeit für Frieden und Gerechtigkeit ein. Dieser Deutschlandbesuch steht in einem ganz besonderen Licht. Nach vier Jahren ist seine Heiligkeit das erste Mal wieder in Deutschland. Außerdem feiert die Gemeinde ihr hundertjähriges Bestehen in diesem Land. Neben dem Besuch der Jahresversammlung der sogenannten Jelza Selana werden fünf Moscheen feierlich eröffnet. Erste Station ist die Kleinstadt Florstadt, nördlich von Frankfurt am Main. Dort wurde inmitten des Ortes die Mubarak-Moschee gebaut und von den Florstädtern größtenteils akzeptiert. Jeder soll seine Religion so ausüben können, wie er das gerne möchte. Und in Florstadt und Umgebung gibt es viele Muslime. Also sollten diese Menschen auch ein Gotteshaus haben. Ne, also ich finde es gut. Ich meine, ich bin ja eh für Multikulti und ich meine, Religionsfreiheit ist für jeden. Also von daher darf man ja auch gerne eine Moschee hinbauen. Am 28. August ist es dann soweit. Seine Heiligkeit, der 5. Kalif, kommt zur Eröffnung der Moschee. Offiziell eröffnet wird die Moschee mit einem stillen Gebet, gefolgt von dem gemeinsamen Gebet in der Moschee. Wir sind die Menschen, die uns um diesen Gebet zu verhindern. Zur Begrüßung seiner Heiligkeit ist auch der Bürgermeister-Florstadt-Star. Sie sind ungefähr 33 Jahre alt. Wie alt sind Sie? Ich bin als Sie, in September. Und am September 9, ich bin 65 Jahre alt. Und Sie sind jünger? Ja, ich weiß, ich weiß. Sie sind jünger als ich. Aber Sie sind jünger als ich. Ja, natürlich. Mit dem Bürgermeister gemeinsam pflanzt seine Heiligkeit einen Baum im Zeichen des Friedens. Sie sind jünger als ich. Zur feierlichen Eröffnung der Mubarak-Moschee gehört auch ein Gästeempfang. Dieser findet in einer Halle in Florstadt statt. Dort spricht seine Heiligkeit vor geladenen Gästen über die friedlichen Lehren des Islams. Das ist die Heiligkeit. 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 Und das kann nicht zu sein, dass die Heiligkeit der Maschid der Maschid haben einen solchen Regen kreis ich schudate allah die auch auch und auch schudate allah hat wir in dem wenn du du wirst du wenn du wirst du taking you our eyes Kontakt, your going to be redeemed. If you don't have став the sins and ru 하나, don't dissents of練 inPU. If you don't have the righteous attitude and prayers, then the church gives us this Ich habe ja heute seine Heiligkeit nicht das erste Mal kennengelernt, sondern bereits vor acht Jahren bei der Kunstanlegung und ich war damals schon sehr beeindruckt von ihm und bin es heute wieder. Ich finde, er ist ein sehr angenehmer Mensch mit einer sehr positiven Ausstrahlung und ich würde sagen, der richtige Mann am richtigen Platz. Seine Heiligkeit hat ja deutliche Worte eigentlich gesagt, dass wir für Frieden stehen, ihr, die Muslime, genauso wie die Christen und das hat das mir eigentlich heute nochmal ganz deutlich gezeigt, dass der Glaube eigentlich für den Frieden steht. Was ich ganz besonders beeindruckend fand an der Rede des Kalifen war, wie er nochmal darauf Bezug genommen hat, was der Koran vermittelt. Dass es nämlich alle Religionen sind, die uns miteinander verbinden und dass wir aufeinander zugehen sollen und dass der Nachbar das Wichtigste ist, was wir haben. Und das war etwas, was mich persönlich sehr berührt hat und von dem ich glaube, dass es für viele Menschen hier im Raum etwas Neues war. Zwei Tage später steht die nächste Moscheeeröffnung an, diesmal im kleinen Ort Karben in der Nähe von Friedberg. Auch hier eröffnet seine Heiligkeit die Moschee mit den Gebeten. Die Moscheeeröffnung an, diesmal in der Nähe von Friedberg. Im Rathaus kommen Menschen aus dem öffentlichen Leben, Vertreter aus Politik und weitere Gäste zusammen, um die Ansprache seiner Heiligkeit zu hören. Ich bin sehr bedankt. Ich bin sehr dankbar, dass ich in der Nähe von Friedberg und den Gebeten herbeindelden, dass ich eine große Bibel stelle eine kleine Musik für die Stadt einstürf. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Stadt einstürf. es Masjid kreis 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 muhmkinn belanye meh h'marie mard ki og ehe shukriyah is liye h ehe kreis ehe se f zubani shukriyah naihi bilke himara eek medhubhi faryza hai wani eeslam nai firma ehe kreis eker tum loge ka shukriyah da nai kreis ehe kreis 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 Ich habe schon gesagt, er hat von der Organisation her wirklich wunderbar die Menschen höflich, freundlich zugewandt. Also es war von Anfang bis zum Ende wirklich eine wunderbare Veranstaltung. Und es war einfach wunderbar, ihn sprechen zu hören und auch seine Stimme im Original zu hören. Friedlich, ja. Es hat sich richtig übertragen, muss ich sagen. Also nachdem er mit seiner Ansprache fertig war, war das wirklich hier und auch im Kopf war das noch drin und hat gearbeitet, aber positiv gearbeitet, ja. Es war für mich sehr spannend zu erleben, weil ich habe das so noch nie erlebt, dass ein Oberhaupt einer Glaubensgemeinschaft, ein Weltoberhaupt zu uns spricht. Das ist ja hier in Karben für uns auch eine Ehre und etwas ganz Besonderes. Und er, finde ich, hat auch sehr schöne Worte gefunden gegenüber denjenigen, die vielleicht anfangs kritisch waren gegenüber dem Moscheebau und die mittlerweile aber durch das Zusammenleben und Wirken mit der Ahmadiyya-Gemeinde gemerkt haben, dass es friedliche Menschen sind, die ihrem Glauben nachgehen möchten, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und dann war es soweit. Der Moment, auf den Ahmadiyya Muslime vier Jahre gewartet haben. Seine Heiligkeit ist am Donnerstag, den 31. August, nach Stuttgart gereist, zur Jahresversammlung der Jelsa Salana. Es ist das größte Treffen von Muslimen in Deutschland. Und dieses Mal mit einem neuen Austragungsort, die Messe in Stuttgart. Mit einem Gebet während dem Fahnenhissen wird die Jelsa Salana offiziell eröffnet. Im Anschluss hielt seine Heiligkeit die Ansprache zum Freitagsgebet. Seine Heiligkeit und mit vielen vielen Danken, er hat auch gezeigt, dass die Menschen in den Bibliothek sind, sie lernen, in der Ruhe, in der Ruhe. Wir werden mit der Allgemeine mit der Allgemeine und mit der Liebe. Wir werden die Herr der Kreml, der Sallallahu alaihi-Felhi, die die Erkommene Bedingungen Die Jelsa Salana ist ein spirituelles Treffen von Ahmadi Muslim. Fast 50.000 Besucher sind vor Ort. Sie beten gemeinsam, stärken ihren Glauben und hören Vorträge, sowie die Ansprachen seiner Heiligkeit. Auch viele Gäste sind zu Besuch, die seine Heiligkeit, den Kalifen, treffen. Am Freitag empfängt seine Heiligkeit Bundespolitiker und Vertreter der baden-württembergischen Menschen. Vielen Dank für die Kommission. Wir sind hier. Wir sind hier. Ich kann sagen, für den Präsidenten, den Präsidenten der Klammern, dass wir sehr glücklich sind. Wie ist die Situation in Pakistan? Ist es gut, oder ist es gut? Die Lawen sind da. Und sie sind freie Hand zu den so-calleden Mullahlerklerken, und extremistisch. Ich denke, dass die Situation besser ist. Und diese Gemeinden, die Mosken in Deutschland, haben Sie diese Beziehung mit anderen Gemeinden, in der UK, in der Fransch, all over der Welt? Ja, wir sind eine sehr well-organisiert, well-lebted Gemeinden, all across the world. Wir sind in fast 200 Ländern in der Welt. Und sie sind alle unter einem Umbrella. Das ist eine Unterrichtung. Und unsere Telefonklinik hat meine Sermon jedes Wochenende in unterschiedlichen Sprachen. fast 8, 9 Sprachen werden verwendet. Also, die Leute verstehen. Am Samstag spricht seine Heiligkeit exklusiv zu den Frauen der Ahmadi Muslime. Die Ansprache wird parallel live in die Männerhalle übertragen. Das ist ein ganzes Leben, Als größte Versammlung von Muslimen in Deutschland ist die Aufmerksamkeit auf die Jelza Salana da. In den bundesweiten Nachrichten wird von ihr berichtet. Sie kommt unter dem Motto zusammen, Liebe für alle, Hass für keinen. Die muslimische Gemeinde Ahmadiyya. Die deutsche Ahmadiyya-Gemeinde feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Anfangs nur einige wenige, sind es inzwischen mehr als 40.000. Beim Freitagsgebet rückt alles Weltliche erstmal in den Hintergrund. Das geistliche Oberhaupt der weltweiten Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft, der Kalif, betet vor. Ein stilles Gebet, bevor es losgeht. Der Kalif kommt aus London angereist, hält mehrere Predigten während der Jelza Salana. Diese werden für Livestreams simultan in 13 Sprachen übersetzt. Die Jelza Salana ist immer auch ein Ort der Begegnung. So kommen jedes Jahr viele Besucher, die mehr über den Islam erfahren möchten. Auch für sie gibt es eine besondere Sitzung mit seiner Heiligkeit. Every person is free to accept or reject its teachings. Islam does not permit muslims to propagate their faith coercively. Through the aberrant and destructive power of swords, bombs or guns. But instead calls on them to use reason, evidence and love to win the hearts and minds of mankind. Und ganz besonders ist auch der internationale Charakter der Jelza Salana. Menschen aus unterschiedlichen Nationen sind vor Ort. Viele reisen aus fernen Ländern an. Auch sie trifft seine Heiligkeit. Wie hier das Treffen mit Menschen, die einen arabischen Hintergrund haben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Und auch das. Das ist ein Highlight auf der Jelza Salana. Am Sonntag vor der finalen Ansprache findet die sogenannte Berzerumeni statt. In einer großen Menschenkette sind alle Anwesenden mit dem Kalifen physisch verbunden und erneuern ihr Glaubensbekenntnis. Direkt im Anschluss findet die Abschlussteremonie statt. Das ist ein Highlight auf der Jelza Salana. Das ist ein Highlight auf der Jelza Salana. Das ist ein Highlight auf der Jelza Salana. Mit dem gemeinsamen Gebet endet die Jelza Salana 2023. Das ist ein Highlight auf der Jelza Salana. Das ist ein Highlight auf der Jelza Salana. Am Abend trifft seine Heiligkeit noch Menschen, die vor kurzem der Ahmadiyya Muslim Jamaat beigetreten sind. Das ist ein Highlight auf der Jelza Salana. 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 Das ist ein Highlighter auf der Jelza Salana. Dann ist auch wieder der Moment da, an dem seine Heiligkeit wieder zurück nach Frankfurt fährt. Zurück in Frankfurt. Einen Tag nach der Jelza Salana empfängt seine Heiligkeit Delegationen aus dem Ausland. Ich bin ein Christian und ich glaube in Gott. Und wenn ich all diese Leute so peaceful, so kind, heartvoll, dachte ich, wenn der ganze Welt sein würde, wie die Ahmadiyya, wir würden keine Probleme haben. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Das ist das, was wir versuchen, und wir sollten auch versuchen. So, wenn alle Leute das Gefühl haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie amiglich leben müssen, wie ein Mensch, wir sollten uns alle respecten und lieben uns und lieben uns, dann können wir leben, und das ist wie wir können. Und das ist die Welt. Es war die erste Mal, dass ich mit dem Khalifa und der ersten Mal in Jelza Salana erhebte. Es war ein sehr warm und schönes Gespräch. Alle Delegationen der Litauen. Wir haben uns, als Mitgliedstaaten, als Mitgliedstaaten, als Mitgliedstaaten, wir konnten uns fragen, ohne Angst, was wir wissen, dass wir mehr über Islam wissen können. So it was a truly amazing experience for us all. So I was born in the same time. Every day I am standing by for you. I can pray, I cry. Thank you very much. 45 years I am crying. Thank you. Jazakallah. How many people have been in the same place? How many years? How many years? How many years? I have been in the same place. 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 Auch dieser Tag kommt zum Ende. Ein Tag mit vielen Begegnungen und einzigartigen Momenten. Die nächste Station während dem Deutschlandbesuch ist auch es Weibling in Baden-Württemberg. Hier wird durch seine Heiligkeit die Nasir Mosche eröffnet. Die übernehmen. Das ist eine Begegnung. Das ist doch nicht die ÜberbegHY, die Klam einige sind alle shake und ihre Überlegung. Das ist nur ein Einmbols Psalm aller reunikle es. Das ist keine Überlegung von Ihrer. Das ist eine wir. Das ist schon die B Erica32,-Nei-B except der B�se. Das ist eine eine治 nicht im Ali 너무 auch ist die Begegnung? Für Ahmad die Muslimen seitlichen ist das ein freudiger Moment. Die Begegnung mit seiner Heiligkeit werden sie so schnell nicht wieder vergessen. Auch hier wurde ein Baum als Zeichen für den Frieden gepflanzt. Im Anschluss fährt seine Heiligkeit zum Empfang in der Stadt. Auch hier haben sich Gäste zusammengefunden, um bei der feierlichen Eröffnung der Moschee dabei zu sein. Und das ist ein Beispiel für alle Menschen, die die Menschen hierherrheiten haben, die die Tufel geben, die die Menschen hierherrheiten haben. zu etwas Besonderem. Eine besondere Persönlichkeit. Sehr klar in der Aussage, sehr charismatisch. Ich war schon sehr gespannt und ich hatte ihn oft auf Bildern gesehen. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich da heute dabei sein darf. Und dann war ich beeindruckt, wie er in Kontakt ging mit den vielen verschiedenen Menschen. Er hat sich nicht angesprochen, aber ich habe gespürt in seinem Gesichtsausdruck Kontakt aufnimmt. Und dann habe ich gedacht, oh, wow, was hat dieser Mensch für eine Gabe, also die Menschen wahrzunehmen. In Waibling findet auch dieses Gespräch mit dem regionalen TV-Sender RegioTV statt. Ich habe gesagt, dass er uns die Möglichkeit hat, dass er uns die Möglichkeit hat, um ein Platz von Worship in einer anderen Stadt zu öffnen. Warum sind die Mosques so wichtig? Die Religion hat zwei Worte. Eine, um Worship den One und Omnipotent Allah, der Kreator. Und zweitens, um deine Schulden zu öffnen, um deine Freunde zu öffnen. Und zweitens, um deine Schulden zu öffnen, um deine Freunde zu öffnen. Das ist die Hauptsache, um die Mosques gebaut werden und um die Planung in den Mosques zu öffnen. Wieder in Frankfurt hält seine Heiligkeit am 8. September die Freitagsansprache in der Gemeindezentrale. Diese wird live von MTA in die ganze Welt übertragen. Die Ehren haben einmal gesammelt und hat mich in die Welt übertragen. Das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum. Am nächsten Tag geht es weiter. Diesmal ist seine Heiligkeit nach Frankenthal gereist. Dort wurde die neue Nur-Moschee eröffnet. Nach dem Gebet sprach seine Heiligkeit mit Mitgliedern, die erst seit kurzem in Deutschland leben. Am nächsten Tag geht es weiter. Am nächsten Tag geht es weiter. Im Kongressforum fand die feierliche Eröffnung der Nur-Moschee statt. Seine Heiligkeit spricht darüber, wie ein Leben in Frieden möglich sein kann. In der heutigen Welt, die Kriegen sind in der Welt, können sie sehr schrecklich werden. Wir können die Menschen mit der Welt leben. Wenn sie sich die Möglichkeit haben, die die Möglichkeit haben, dann werden sie wieder aufgeregt. Und dann werden die Aufmerksamkeit, die in den Kriegen werden, die in den Kriegen werden, die in den Kriegen werden, werden wir wiederholfen. Ein paar Millionen Menschen werden von der Welt gehen. Wir müssen uns auch in diesem Fall versuchen, dass wir uns auf der kleinen Läuble und auf der großen Wunschung und auf der großen Wunschung auch in den großen Wunschung mit dem Anwesen und der Slammung und mit dem Anwesen. Und wir müssen auch darauf darauf achten, dass die Anwesenheit auch die Anwesenheit, die Anwesenheit auch hier stehen, und ich sage auch darauf, dass wir darauf achten, dass die Anwesenheit und die Anwesenheit in der Welt der Welt, damit die Welt von einem großen Wunschung dass wir in den letzten Jahren auch eine solche Wurzeln gehen, die nicht in die Situation der Menschen, die nicht in die Situation der Ekonomi, die nicht in die Situation der Wurzeln, sondern in die Situation der Wurzeln. Und das kann auch in die Situation sein. Als Persönlichkeit, das merkt man schon als ein ruhiger Mensch, ein Mensch, der Wissen ausstrahlt, Ruhe ausstrahlt, aber auch sehr viel Würde. Einen sehr, sehr tiefen Eindruck, sehr beeindruckend. Und ich hatte das Glück, an der Seite zu sitzen, wo seine Heiligkeit vorbeigegangen ist. Und seine Aura war unglaublich stark und liebevoll. Sehr, sehr positiv. Ich bin sehr angetan von seiner Heiligkeit, auch wie er den Koran rübergebracht hat. Ich muss sagen, er hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und ja, ich bin begeistert. Und ich habe eine große Verbundenheit gespürt von dem, was der Wesenskern unseres Glaubens ist im Christentum. Und von dem, was er gesagt hat, was den Islam im Kern ausmacht. Die Botschaft einmal von einer engen Beziehung, persönlichen Beziehung zu Gott und daraus die Aufgabe, Menschlichkeit, Friede und Gerechtigkeit unter den Menschen herzustellen durch das eigene Handeln. Für mich war der Islam bedrohlich. Heute habe ich gelernt, dass der Islam für Liebe steht. Und nicht für Hass, für Terrorismus, sondern für Liebe. Und deshalb verstehe ich jetzt auch den Satz von eurer Gemeinde, ja, Liebe für alle, Hass für keinen. In der Bundeszentrale gibt es weitere Audienzen mit seiner Heiligkeit. Diesmal trifft seine Heiligkeit Menschen, die vor kurzem aus Pakistan ausgewandert sind. In diesen Tagen inspiziert seine Heiligkeit auch eine neu gebaute mobile Augenklinik, die in Afrika durch die Hilfsorganisation Humanity First zum Einsatz kommen wird. Und seine Heiligkeit besucht das neu gebaute Studio des Gemeindeintern-TV-Senders MTA. Die letzte Moscheeeröffnung während dieses Besuches findet in Funkstadt statt. Seine Heiligkeit reist nach Südhessen, um die Chabil-Moschee zu eröffnen. Beim offiziellen Empfang spricht seine Heiligkeit auch über die Rechte der Frauen im Islam. Ich sage das auch. Ich sage das auch. Nurmahendah hat gesagt, dass die Frauen nicht näher sehen. Ich meine, viele Frauen sind näher sehen. Und wenn sie mit ihren Gebeten sind, dann sind sie in den Hälften. Sie fühlen sich sehr komfortabel zu fühlen. Sie können selbst gehen und fragen, dass sie sich selbst fühlen und fühlen. Sie fühlen sich hier in den Menschen. Sie fühlen sich in die Leitung. Die Frauen sind alle selbstbildte und die Hilfs. Sie fühlen sich loszu. So, wenn wir zu ihnen gehen, dann kein Problem von ihnen davon. Ja, dass es ein ZDF für unsere Frauen gibt. Die Frauen sind sehr auf die Frauen. Die Frauen sind sehr der Frauen. Unsere Frauen sind Doktor, Sie sind Ingenieure, Sie sind die Team, Sie haben von allen Teilen zu arbeiten. Sie sind die Menschen zu organisieren. Sie sind die von uns selbst organisieren. Sie sind die Personen selbstsigendlich. Sie arbeiten und presencechen Menschen von ihnen. Die Frage ist der Punkt, wo man die Frau von Frau ist. Und was ist die Frage, wo man die Frau von Frau ist. Also, das wurde gesagt, dass sie von seinen Frauen und seine Baben hat er geholfen können. Es gibt die Liebe und Worte, das wir alle Frau machen. Es ist nicht, dass sie uns die Haken von mir zu verstehen, sondern sie verstehen, dass sie es besser ist. Und in den meisten Teilen, ich habe das Wort gesagt, dass wir mit der Lehreste arbeiten wollen, deshalb haben wir es nicht gemütlich sein. Woher es geht, wo 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 es geht. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Und wir geben diese Herausforderungen. Das ist deshalb, dass wir in die Umwelt, in die Umwelt, in die Umwelt, jetzt sehen Sie, dass die Literatur des Menschen mehr als Männer. Allein die Qualifizierung sind, dass die Frauen weniger. Die Begegnung war eine ganz besondere Situation für mich, denn das ist außergewöhnlich, jemanden, das weltweite Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft treffen zu können und hier zu sein und auch seine Ansprache zu hören. Das war schon sehr beeindruckend. Ja, also wie schon vor sieben Jahren, als wir hier gemeinsam den Grundstein gelegt haben, war das eine sehr beeindruckende Begegnung, ein sehr beeindruckender Mensch. Und ich fand es sehr toll, dass ich auch die Ehre hatte, so lange mit ihm auch gemeinsam sprechen zu können. Wenn man da zwei Stunden oben auf der Bühne sitzt, dann hat man die eine oder andere Gelegenheit und es war sehr tiefgehend und sehr gut, muss ich sagen. Seine Message, seine Botschaften waren sehr friedlich und auch die Energie, die er ausgestrahlt hat, die nehme ich mit nach Hause. Und wir hatten auch das Vergnügen, ihn auch zu sehen persönlich, mit ihm zu reden und es war eine tolle, einzig aderlige Begegnung und er sagte, nimm alles mit in deinem Herz mit nach Hause. Der 12. September bildet den Abschluss eines historischen Besuches seiner Heiligkeit. Hunderte Ahmadi-Muslimer haben sich in der Gemeindezentrale versammelt, um ihren Kalifen zu verabschieden. Der 12. September bildet den Abschluss. Schluss. Der 12. September tschätzt hat sich nur eine tellsribarmeen. Amen.